Weißt du, wenn ihr jetzt nicht gerade im Hintergrund sitzen würdet, ne? Weißt du, hätte ich jetzt zu dir gesagt, deine Mutter ist lustig. Moin, hier sind eure Kröten und wir spielen heute Yashis Crafted World. Und jetzt gönnen wir uns erstmal das Intro. Wir wissen, wie wir hier sind. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Millisekunde, alles düster. Dam dam dam. Da ist ein Weg. Die Yoshis wollen jetzt dahin gehen. Hey, du hast einen Kuh. Und ich will unsere Passen zusammen. Dann ist es jetzt. Dann ist es also soweit. Die anderen Yoshis passen auf die Traumsonne auf. Ich kann das nicht überspringen. Ach so. Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ohne ihre Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Warte mal. Ne, das ist falsch. Jetzt wollen sie auch noch schneller sein als wir. Warte. Dann starten wir. Genau. Yoshi. Zwei Spieler. Einer trägt den anderen. So welcher bin ich jetzt. Erstmal ein wenig vorweg gesammelt. Wir haben hier den entspannten Modus drin. Das heißt für uns. Wenn man jetzt mal auf den oberen guckt. Hier auf den rot-orangen. Er ist einfach nur orange. Danke sehr für die Info. Schieß mal die Pflanze ab. Falls da was drin ist. Man kann so lange fliegen wie man mag. Nö, dies wohl. Bei dem klassischen Modus strampelt er immer so ein bisschen in der Luft. Und dann würde man irgendwann zu Boden segeln. Uli. Nope. Ich hätte den gerne. Ey, ich hätte den gerne. Ja, du hast mich in den Mund. Ach, ich hab dich. Scheiße. Mann. Entschuldigung. Saug mich ein und nimm die Eier. Und spuck mich wieder aus. Nee. Spuck mich da aus. Das ist es. Danke. Job. Nein, geh weg. Lass das jetzt. Allein Klassiker schon wieder. Ey, ich spuck mich aus. Du hast mich im Mund. Was? Ich hab dich in den Mund? Nein. Doch. Ja, hab ich dann jetzt... Oh, guck mal. Weg. Oh. Lass es doch jetzt, bitte. Ja. Mann, du hast das Feuerwehr. Ei, 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 ei. Im Übrigen finde ich, dass dieses Spiel hier wunderbar an... Oh, ich kann die... Ah. Sie hat mich. Sie ist böse. Sie ist evil. Ich hoffe, da war keine rote Münze drin in der... In der was? In der Piranha-Pflanze. Oh, tut mir leid. Mhm. Ja, ja. Warte, wir können das... Nein, können wir jetzt nicht mehr. Nee? Ich glaub, da war zu geil. Das wär doof. Naja. Sowas wollte ich sagen. Ich finde, dieses Spiel erinnert so wunderbar an... Paper Mario. Von der Grafik. Alles schön aus Pappe. Das sieht so nach Paper Mario aus. Herzlich. Ja, ich hab daneben geschossen. Oh. Ich will diese Münze noch haben. Wow. Danke schön. Danke schön. Das finde ich auch nice, dass man jetzt hier so schön in den Hintergrund schießen kann. Warte mal. Warte kurz. Eierparty. 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 Ich hab alle. Da muss keine Eier mehr. Ja. Ja. Nein. Och. Lass es bitte mit diesem Eingesaugeln. Ja, hab ich gemacht. Das nennt man lustig. Alter, du klingst wie die Kuh da im Hintergrund. Wenn die jetzt nicht gerade im Hintergrund sitzen würde, ne? Weißt du, hätt ich jetzt zu dir gesagt, deine Mutter ist lustig. Und sie zieht die Augenbraue hoch. Ja. Das ist übrigens ihrer, ich bin jetzt evil Blick. Ja. Wenn sie die Augen, ähm, äh, wenn sie die Augenbraue hochzieht. Ja. Ja. Ernsthaft? Das besteht aus, ähm, aus, äh, Pappe und noch mehr Pappe. Und ne, ähm, ne Korken und ne Cola Dose. Das ist gar keine Coca-Cola. Das Koks. Wenn sie reden könnte, was sie ja prinzipiell kann, nur jetzt nicht macht freiwillig, weil dann würde man sie ja hören in der Aufnahme. Und um Gottes Willen, das will sie ja nicht. Dann hätte sie jetzt bestimmt auch irgendwie was von euch gegeben. Kräuleinchen. Oh, ein Spruch in der Richtung. Ja, ich mach dich. Eigentlich darfst du ja auch nicht what the beep sagen, ne? Ja. Aber ich auch nicht. Oh, Münzen! Hm. Ich hoffe ja so, dass in der Piranha-Pflanze keine rote Münze. Was hoffen wir alle? Da ist noch eine. Ach. Ich geh da mal weg. Geh da noch. Stirb! Oh, da war er was. Herz. Warte, da ist so ein Typ. Warte. Ich hab keine Eier mehr. Schlecht ohne Eier, ne? Ja, das... Warst du hier oben schon? Nö. Gib mir deine. Oh, ernsthaft. Ja. Das war mein Ernst. Du legst es noch drauf an, dass wir uns streiten, ne? Nö. Ich leg's darauf an, dass die, ähm, dass die Zuschauer lachen. Und dass ich Spaß hab. Ach. Hey, du hast wieder... Du hast wieder Eier. Du hast wieder Eier. Das kaufst du nicht. Hey. Hey, ja, wir müssen noch erkunden. So ein kleines bisschen was. Erkunden? Ja, dass wir nichts verpassen. Siehst du das wieder? Da, da, da. Uh. Siehst du? Boah. Hey, alle 20 roten Münzen. Wirklich? Ja. Geil. Die sind reine... Hey, du hast wieder Eier. Das kaufst du nicht. Ich hab nicht nur Eier, ich hab auch alle Items. Das kaufst du auch nicht. Warte. Die gönne ich gar jetzt richtig. Ja, ha, ha. Da hast du. Hey. Das kaufst du nicht. Das kaufst du nicht. Warum? Na, 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 na. Gewonnen. Ich hab gewonnen. Warte, wir brauchen jetzt Eier. Jetzt kaufst du nicht. Jetzt darf ich auch Eier haben. Warte. Ich geb dir. Boom. Zack, zack, zack. So. Wir haben beide Maximum. Ich geh nur hin. Geh runter von mir. Nein. Nur auf mich einzusaugen. Wir brauchen jetzt beide unsere Eier. Sch. Wieso? Wieso, weil da noch eine Sonne kommt? Sternse. Ja. Wer sich jetzt wundert, warum wissen wir zum Diable nochmal, dass da eine Sonne kommt. Und die große Kröte war so schlau und hat die, äh, scheiße, Entschuldigung, hat die Elgato so toll eingestellt, dass wir hier keinen Ingame-Sound hatten. Und deswegen nehmen wir jetzt die erste Folge, sprich die ersten zwei Levels, einfach nochmal auf. Oh Mann, lass es jetzt. Das geht mir richtig auf die Eier. Okay. Nö. Vor allen Dingen hab ich keine Eier mehr. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Jetzt haben wir bitte keine Eier. Schon Oliver Kahn sprach. Eier. Wir brauchen Eier. Das war zweideutig. Erstens. Wir haben schon, äh, was kommt das noch? Sechs. Acht Blumen. Wow. Wollen wir uns mal den Automaten gönnen? Was ist denn das? Schauen wir mal an. Oh, wunderbar, Automat. Können wir Outfits kaufen. Das machen wir. Komm, das gönnen wir uns. Wir haben keine 300. Wir haben nur 200. Ich weiß, du hast ja weggestellt zu 300. Nein, das machst du. Ja, du machst es schon wieder, siehst du? Achso, ich mach das. Haha. Okay, wollen wir eins oder zwei? Wer macht zwei? Ja. Oh, eines golden. Oh. Eines golden, eines golden. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Oh. Ja, die will ich gleich. Ultraselten. Oh man. Ich mach die, ähm, ich mach die, ähm. Naja, lass mich raten, du nimmst das Ultraselten. Ja, weil das, ähm, steht mir gut. Schau mal. Nehm ich wohl das Auto. Ja. So siehst du auch immer aus. Ich leck dir gleich quer übers Gesicht, ne? So, so einsam. So verschwommen. So, jetzt will er noch ne Grinselblume, der alte Schnorer. Was kriegt er? Und dann ist er happy. Ich schau mal, da ist so ein Mann Joffi. Und du bist einsam. Ich schau mal, die schau mal weg. gigantic. Sag ich, sag ich. Sag ich, sag ich. Mach das jetzt auch. Ganz schön, Tredi. Ich bin mitten in der Aufnahme. Guck mal, da hinten. Guck, guck. So. Manu, da ist gar kein Huhn. Du bist das Huhn. Ich bin die Ente. Ja, was machen wir hier? Mit dir quatschen und eigentlich wollen wir hier diese Traumjuwelen holen. Genau! So, viel Fisch-Aquarium. Das geht doch sowas von ins Rote. Ach du Scheiß, jetzt schleppen die hier echt ihre Dinger damit sich rum. Hilfe! Wie geht das? Ja, klar. Oh nee, wie geht's damit nicht? Hilfe! Ich will nicht sterben! Nein! Nein, nein. Sonst sind die Outfits weg. Ich weiß nicht. Hey! Hey, du bist auf mich! Auf mir! Auf mir! Das hatten wir doch gestern... Ach lass, ich krieg die Plack! Die Plack-Würste hier! Und das sagten wir gestern schon. Mir und mich verwechsel ich nicht, denn mein Vater steht hinter mich und sagt mich alles vor! Das heißt hinter mir! Genau! Er sagt mir alles vor! Genau, siehste! So, jetzt hab ich wieder keine Eier! Oh nein! Oh nein! Das ist so ein richtiges Spiel, wo du mich den ganzen Tag lang mit quälen kannst! Ich liebe das so sehr! Nee, ich krieg's lang! Hey, lass es! Runter! 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 Das ist jetzt richtig! Nee, da kommt bestimmt alles zurück! Da kommt er! Oh, du hast ja noch Eier! Oh, die Blume! Schieß mich nicht! Wir brauchen die Herzen! Oh nein! Oh nein! Ja, kleine Sünden! Karma! Ja, aber ich hab keine Herzen verloren! Weil die schützen dich nämlich! Das weiß ich so! Weil ich bin gut informiert! Hör jetzt auf mich immer einzurotzen! Ehrlich! Aber das sind halt nur vier! Eine Frage! Geht das denn, wenn man das Level abgeschlossen hat, wieder zurück? Das weiß ich nicht! Was geht wieder zurück denn? Ja, da ist die Autos! Man kann... Nee, die bleiben jetzt die ganze Zeit, bis wir das Outfit wechseln oder das wieder ablegen! Wir können das auch jederzeit außerhalb des Levels planen! Hey, du hast ihn rein! Dann rennen wir hier ohne Schnappen! Das ist wegen Glückwunsch! Ja, danke sehr! Das war auch harte Arbeit! Oh jetzt! Ja, das war aufsicht! Ich seh schon, komm! Mit deiner... Mit deiner... Keinchen hier! Gehen wir nachher ohne 20 Herzen ins Ziel! Und dann ist das Geschrei wieder groß! Ist egal! Achso, plötzlich! Das ist es mir... Das ist es mir wert! Mhm! Alter! Alter! Du übertreibst so hart! Ja, ich weiß! Wir haben wieder eine verpasst! Nee! Ich glaub nicht! Doch die, die es am Anfang gab... Erinnerst du dich... Meinst du das Ding im Geschenk? Nee! Ich sag, die kommt auch! Ich weiß nicht! Ich war da... Ich war da auf dem Sofa! Weil wir waren da mit der Aufnahme fertig! Ähm... Ja! Und dann hab ich da geschillt! Haha! Hallo! Hallo! Du hast wieder Eier! Du hast wieder Eier! Herzlichen Glückwunsch! Ich hab Eier! Achtung! Ich muss den Panzer hier rausfassen! Aber du nicht! Ich hab den Panzer und den wollte ich da jetzt reinrotzen! Danke! Ja, jetzt ist der Panzer weg! Ach nein! Jetzt kannst du wieder durchfahren! Autofahrt! Autofahrt! Ich hab aber keine Eier! Das nützt gar nichts! Oh Leon! Nee, jetzt ganz im Ernst! Hör jetzt auf! Ich hab nicht mehr lustig! Aber das ist lustig! Nein, das ist nicht mehr! Doch! Nee, das ist irgendwie dreimal lustig, aber nicht 50 Mal! Doch! Es ist 5! Ja, aber für mich! Doch! Nee, nachher ist es irgendwann tatsächlich nur noch nervig! Aber nur für mich! Nee! Ich denk mal auch für die armen Menschen, die das gucken müssen, ist es irgendwann nur nervig! Okay! Nein! Was soll denn das? Das ist böse! Das war gemein! Das war ein Unfall! Nein! Das war ein Unfall! Nein! Was soll denn das? Nein! Nein! Ich hab keine Eier! Los! Er haut ab! Er haut ab! Mach schnell! Oh Gott sei Dank! Münzen? Mehr nicht! Ist egal! Da unten, ähm, ich hab nachgeprüft, da ist sogar ein, ähm, so ähm, da ist sogar ein Secret! Komm mal mit! Komm! Da ist ein Secret! Ja, ich geh aber nicht rein! Geh du mal rein! Doch gehst du! Nee! Kommt nur! Nee! Leon! Oh, tut mir leid! Das will ich nicht! Da sind deine Eier! Kannst du mich grad treffen? Darf ich eins? Oh! Da gibt's Herzen! Ja, Herzen! Cool! Jetzt, ähm, hab ich auch wieder drin! Kannst du nicht in die Stachelfische wieder rein? Nee! 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 Noch nicht! Münzen. Ich bin tot. Nur Herzchen. Ich kann nicht glauben. Warum nicht? Ich habe keinen geschossen. Du das? Ich habe einen Treffer gemacht. Juhu! Wir haben es verpasst, oder? Wir haben es verpasst. Weiß ich nicht. Wie viele haben wir denn jetzt? Hier kommen ja noch welche. Wo man in den Hintergrund schießen muss. Weißt du noch? Noch nicht. Hier kommen ja noch welche. Ja, ich weiß, aber da wo man... Man, da wo man in den Hintergrund schießen muss. Da werden wir ja sehen, ob wir gleich alle haben oder nicht. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Das war wirklich ein bisschen. Ja, 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 ja. Ach bitte, haben wir alles. Ach so. Haben wir alles. Hä? Aber dann hatten wir doch letztes Mal auch... Nein, da fehlte genau die eine Münze, die in diesem Geschenk drin war. Wir haben das geschenkt. Habe ich dann... Ja, haben wir jetzt. Habe ich das ja eingesetzt. Letztes Mal bei der verkackten Aufnahme. Weil ich das irgendwie eine halbe Stunde lang gesucht habe. auf die Idee kam, die Sachen im Hintergrund abzuschießen. Du hast gegoogelt. Ja, nichts gefunden. Ja. Hi. Ach so. Ja. Schlag ein. Okay, jetzt gibt's wieder acht, oder? Ja, acht. Wir haben's geschafft. Schlag ein. So, das soll's für heute mit uns für Folge eins von Yoshi's Crafted World gewesen sein. Lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr mehr von uns beiden mit Yoshi's Crafted World sehen wollt und uns noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns auch sehr über ein Abo bedanken. Ansonsten sagen wir Ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure... Kräuter! Tschüss!